Selbst kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes kommt Herzogin Megan, 37, nicht zur Ruhe. Einmal mehr ist es ihrer Halbschwester Samantha Makele, 54, die für Aufregung sorgt. Die Amerikanerin vergiftet mit einer verbalen Attacke das Klima. Dieses Mal richtet sich ihr Angriff aber nicht gegen die Herzogin, sondern gegen George Clooney, 57. Der Schauspieler war Herzogin Megan vor kurzem zu Hilfe gekommen und hatte sich darüber beschwert, wie mit der ehemaligen Süds-Darstellerin in der Öffentlichkeit umgegangen wird. Sie ist eine Frau, die im siebten Monat schwanger ist und sie wurde gejagt und verunglimpft und verfolgt auf die gleiche Weise wie Diana. Die Geschichte wiederholt sich, soll George Clooney gesagt haben. Sie nennt ihn verrückt und beleidigt ihn. Bei Samantha Makele kommt die noble Geste scheinbar gar nicht gut an. Hey, verrückter Clooney, hat dir deine Anwaltsgattin nicht beigebracht, dass man keine Aussagen machen sollte, ohne alle Fakten zu kennen? Und als ob diese Beleidigung noch nicht ausreicht, schrieb sie weiter, halt den Mund, Georgi. George Clooney hat mit Sicherheit zu viel Klasse, um auf diese Schmähredde zu reagieren. Samantha Makele sollte dringend mal einen Gang runterschalten und aufhören, das Leben ihrer Schwester für ihre eigenen Zwecke auszuschlachten.